Liebe Kunden, liebe Mitarbeiter, liebe Manuela, ich gehe jetzt in Pension. Ich bedanke mich für die schöne Zeit und die Treue der Kundschaft und wünsche der Manuela alles, alles Gute. Sie ist eine kompetente Nachfolgerin und ich freue mich, dass sie jetzt mein Geschäft übernimmt. Danke schön für alles und eine wunderschöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr. Ein schönes Gruß Gott, euch wollen miteinander. Ich darf mir mal kurz vorstellen bei euch. Ich bin die Manuela Findernick, freue mich, dass ich von der Andi das Geschäft übernehmen darf und möchte mich in diesem Sinne gleich einmal bei der Gemeinde bedanken, dass sie mir die Chance geben, mich wieder selbst zu verwirklichen. Ein Dank gilt auch der Andi, dass ich das Monat schon mitarbeiten darf bei ihr und so die Chance habe, meine Kunden oder ihre Kunden kennenzulernen und einfach da sein darf und mich schon ein bisschen einfühlen darf. Ich muss sagen, viel Motivation für die ganze Geschichte haben mir meine besten Freunde gegeben und meine Kunden, die einfach immer an mich geglaubt haben und gesagt haben, Manu, das schaffst du, starte durch. Und da habe ich jetzt wirklich die Chance gekriegt, das zu machen. Meine Firmenphilosophie ist einfach der Mensch im Mittelpunkt. Das heißt, es ist ein wunderschöner Beruf, Leute zu verschönern, Leute mit Freude sehen, wie sie rausgehen, einfach eine Veränderung zu machen und einfach Glück und Schönheit zu präsentieren. Ich habe auch für das kommende Jahr ein paar Events geplant, wo ich die Kunden einfach möchte sagen, was tue ich eigentlich daheim mit meinen Haaren, wie gehe ich mit meinen Haaren daheim um. Da gibt es viele Tipps und Tricks, die ich ihnen einfach sagen möchte. In diesem Sinne möchte ich Ihnen alle ein ganz schönes Weihnachtsfest wünschen, viel Glück und Zufriedenheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann möchte ich nach meiner Familie in Kärnten ganz liebe Grüße ausrichten, die immer an mir geglaubt haben und die ich zeitenweise auch ein bisschen vermisse. Dankeschön. Manuela, GGZ für uns alle, das wünsche ich uns von Herzen. Für meine Kunden, für meine Mitarbeiter und speziell für die. So, liebe Leute, damit ihr wisst, was das heißt auf Kärntnerisch, GGZ heißt Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Ein glückliches 2015. Rutscht gut rein, alles Gute von uns, Manuela und Anni. Gesundheit. Cool. Alles Gute. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.